Michael Schumacher, jetzt packt ein alter Formel-1-Kollege mit der ganzen Wahrheit aus. Michael Schumacher war vor seinem schweren Ski-Unfall im Jahr 2013 Formel-1-Rekord-Weltmeister. Jetzt packt sein damaliger Rivale Fernando Alonso über Schumi aus. Michael Schumacher, 55, war vor seinem schweren Ski-Unfall im Jahr 2013 Formel-1-Rekord-Weltmeister. Seither ist nicht viel über den Zustand des heute 55-Jährigen bekannt, seine Familie lässt weiterhin keine Informationen an die Öffentlichkeit. Doch darüber, wie Schumi damals als Rennfahrer tickte, packt jetzt sein ehemaliger Formel-1-Kollege und Rivale Fernando Alonso, 42, aus. Fernando Alonso, er war ein Fahrer, mit dem es sehr schwierig war, ein Gespräch zu führen. In einer Dazon-Dokumentation packt der 42-Jährigen nun über Michael Schumacher aus, und hält sich dabei nicht zurück. Er war sehr kalt, hielt immer Abstand und versuchte immer, einzuschüchtern. Er war ein Fahrer, mit dem es sehr schwierig war, ein Gespräch zu führen, erzählt Alonso. Schumi soll ein wirklich harter Kerl gewesen sein, der aus seiner Rivalität zu Alonso keinen Hehl machte. Wenn man zum Frühstück kam, schaute er einen immer ein bisschen komisch an. Man wusste, dass es eine Rivalität gab, aber er nahm sie für bare Münze. Trotzdem habe der Rennfahrer Michael Schumacher irgendwo bewundert. Ein Rivale, eine Rivalität, aber auch eine Inspiration. Denn abgesehen davon, dass er einer der härtesten Rivalen war, die ich je hatte, oder der härteste, den ich je hatte, muss man bedenken, dass jedes Kind ein Vorbild braucht. Weswegen Alonso von Schumacher lernen wollte, er begann ihn zu beobachten, wie er sich verhält, wie er reagiert, wie er sich kleidet, wie er fährt. Es ist eine Inspiration, die man sich im Geiste notiert, und plötzlich findet man sich Rad an Rad mit ihr wieder und kämpft jeden Sonntag. Es war etwas ganz Besonderes. Und das gelang ihm auch, 2005 wurde Alonso das erste Mal Weltmeister, Schumacher landete auf Platz dritter in der Folgesaison lief es ähnlich ab und Alonso konnte Michael Schumacher erneut schlagen. Inzwischen ist Alonso mit seinen 42 Jahren der älteste Fahrer in der Formel 1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017